Nun folgt mit der Übung von Maxi Knaug eine Vorentscheidung. Mit 9,875 Punkten hat sie die zweitbiste Vornote. Beginnt mit einer Radwende und einem Flickflack auf den Balken die 20-Jährige aus Ost-Berlin. Hüchsalter rückwärts, sicher gestanden. Oh, zwei Dreizehntel wird sie das kosten und damit ist ihre Chance aufs Treppchen zu kommen. Eigentlich schon vertan. Überschlag mit halber Drehung. Schwieriges Element. Es ist erstaunlich, was sie, die Maxi, international noch bewirken kann. Mittendrin zwischen diesen jungen 14- bis 16-jährigen Turnerinnen. Im Grunde feiert sie ja schon seit Jahren ein Dauer-Comeback. Europameisterin 1981 im Vierkampf. 83 verletzt. 85 wieder voll dabei. eine der erfolgreichsten Zollerinnen der Welt. Und der Abschluss eine Doppelschraube. Maxi Knaug, die durch den kleinen Wackler allerdings wohl ihre Möglichkeiten vergeben hat. hier, der Flickflag, der freie Überschlag. Und? Tja. Tja. Was war's wohl? Und der Abgang der Schraubensaat. 9,8, die Wertung für Maxi Knaug, damit ist er Platz 3. Guck, das ist laut, 4,5... gell? Jospe? Ich reруп